Hi, mein Name ist Stefan Brüning von der Firma Queen Investment. Wir helfen den Immobilieneigentümer, ihre Immobilien schnell, effizient und vor allem sorgenfrei zu verkaufen. Ich stehe gerade im Garten von einem Einfamilienhaus in Kaulsdorf. Sechs Zimmer haben wir hier insgesamt, 148 Quadratmeter. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.